Das sieht doch nix aus. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, das sieht auch kacke aus. So, ich hätte hier gerne noch so eine kleine Sitzecke. Machen wir da ein Muster rein? Ja komm, probieren wir es mal. Ne, das ist das falsche. Äh, hier, ja. So, und dann unten noch. Mhm. Mhm. Ne, geht nicht. Fertig. Fertig. So. Daneben dann, ähm... Mal nochmal Druckplatte. Holzdruckplatte. Ah, ja. Okay. Nee. Äh, da muss der auch wieder weg. Zack. Und, äh, bop, 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 bop. Wo ist jetzt die Druckplatte? Druckplatte? Hallo? Wo sind die Druckplatte jetzt hin? Äh... Hä? 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 Ist die rausgebackt, oder was? Also, äh, hä? Hallo? Wo sind die Druckplatte jetzt hin? Oder habe ich die verkehrt abgebaut? Bin ich jetzt doof? Die ist weg. Wollen wir mal ein Schild. Da ist nichts, da ist nichts. Ne? Die ist weg? Hä? Auch nicht verkehrt. Das hatte ich auch noch nicht. Die ist weg. Die ist einfach weg. Hm. Komisch. Ja. Ach, hier. Ah, guck. Da habe ich sie jetzt. Ja, super. So, da. Das Ding hin. Gut. Oh, dann hätten wir hier dann das und, ähm, hm. Ja, doch. Das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Erstens mal. Drei Bücher... Ne, zwei Bücherregale bräuchte ich noch. Für hier runter. Oder ich mach da noch eins hin und dann hier auch nochmal so... Ja, das ist doch wohl. Das geht eigentlich, ne? Kann man so lassen. Das ist auf jeden Fall als Stütze gedacht. Das sieht auch geil aus hier, ne? Mit der Treppe und so. So, okay, gut. Ähm, dann brauche ich noch ein paar Bücherregale und noch ein paar Steinbricks. Oh, hier. Deutsch, Deutsch, Deutsch und, äh, Englisch. Ja, super. Naja. Äh, ja. Ähm. Ja. Wie weit vertraut mir eigentlich die Community? Ich meine jetzt, äh, was jetzt so Nachrichten oder irgendwelche Dinger betrifft. Ich bin jetzt gerade am gucken, ob ich noch irgendwo Bücherregale habe. Da habe ich auf jeden Fall noch Dings. Brauche ich noch Leder. Ah. Wie viel Leder haben wir noch? Wahrscheinlich, ja, zwei Stück. Zwei Bücher kriegen wir dabei raus. Hm, toll. Gut, dann eben vorher erstmal nicht. Ah, vielleicht habe ich ja vorne noch ein paar. Ja, wie weit vertraut ihr mir? Hm? Könnt ihr mal was sagen? Ich meine, ich kann natürlich auch Fehler machen. Habe ich ja vorhin schon erzählt. Wegen, äh, Fehlinfos, die ich mir hole oder sonst irgendwas. Oder, ähm, ja, irgendwie, pff, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall immer möglich, dass ich mich natürlich auch irre, ne? Ist ja klar. Oh, hier, 13 Bücher. Gut. Äh, nee. Äh, nee. Da hinten ist auch nichts. Ähm, ja. Ja, wie weit vertraut ihr mir da? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir... Schreibt doch mal was in die Kommentare. Wie weit ihr mir da vertraut. Ich meine, ihr kennt mich natürlich auch noch vom Let's Play und wisst auch nur das, was ich euch erzähle. Ähm, wer eben mehr wissen will, der kann mich auch gerne mal anschreiben, ne? So ist es ja nicht. So. Also, ich bin da gewillt, äh, zu antworten. Natürlich, ne? Oh. Okay. Ähm, das noch, das noch. Machen wir die drei schon mal. Äh, die vier Bücher, die tue ich auch mal da vorne rein. So. Ja, könnt ihr mir gerne mal was dazu sagen, ne? Das wäre echt nicht schlecht. Ja, und warum ich das Let's Play mache, das sollte ja klar sein, ne? Ich brauche das Geld und so. Ich verdiene ja Millionen damit. Klar. Ne, also ich mache das gerne, weil, ähm, ich spiele unheimlich gerne Minecraft. Also wirklich unheimlich gerne. Und, ähm, ja, möchte das dann auch mit euch teilen. Ganz einfach. Ich bin da auch ein bisschen, ja, eigennutzig. Brauche da so ein bisschen, ähm, wie sagt man? Ähm. Da ist Kohle. Nehmen wir mal ein, zwei, sechs mit. Alter, was wir hier noch Kohle haben, ne? Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, da kann ich demnächst mal Kohleblöcke machen. Äh, nee, ich bin da so ein bisschen anerkennungsgeil, kann man sagen. Ne, da bin ich jetzt vollkommen ehrlich. Also, ich möchte Anerkennung bekommen. Klar. Deswegen mache ich auch das Let's Play. Also, wer, wer was anderes behauptet, dass der, ähm, dass der irgendwie sagt, ja, nee, ich mache das einfach nur so. Äh, ich brauche keine Anerkennung und sowas. Also, sorry, aber das ist, äh, von hinten bis vorne gelogen. Äh, zwölf Ton... Ah, warte mal. Acht. Neun bräuchte ich eigentlich. Ach, komm. Scheiß drauf. Wir haben ja genug. Na, nee. Egal. So, ein paar Blümchen noch. Die hatte ich auch da hinten, in der Kiste. Also, wer Let's Place macht, ohne, dass er irgendwie Anerkennung haben möchte. Nö. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So. Aber irgendwo hat man doch noch Blumen drin, oder? Oder nicht? Doch, da. Mohn oder Rosen? Was ist immer da? Oh, Pfingstrose. Pfingstrose ist schön. Äh, ein Akaziensetzling. Könnte man auch mal machen. Eichenlaub, Birkenlaub. Birkenlaub ist... Meines Erachtens... Also, das Laub von der Birke ist meines Erachtens schöner. Hellgrau. Feder. Nee, Feder nicht. Bogen. Auch nicht. Pilz nehmen. Sicher nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir da an die Wand... Nein. So. Ähm. Alter, schon wieder die Taschen brechend voll. So. Ja, das kommt halt vom Bauen. Ähm. Ja, nee. Also, ich mach das Let's Play in erster Linie, weil ich ein bisschen Anerkennung haben möchte. Ist klar. Und, ähm... Ja, was da halt auch wirklich ein sehr, sehr schöner Effekt dabei ist. Ich lerne unheimlich viele Leute kennen. Und natürlich auch nette Leute. Gibt's natürlich auch ein paar Arschliche dabei, klar. Wo gibt's das nicht, ne? Ähm. So. Äh. Bum, 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 bum. Nee, da kommt nix hin. Ähm. Da kommt einer hin. Und... Nee, hier geht nicht. Ja, und hier. So. Klar gibt's dann natürlich auch so ein paar... Ah. Ahlöcher. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Willst du mich jetzt veräppeln? Warum geht das mit der Pfingstrose jetzt nicht? Willst du mich mal K-10-Baum? Auch mit dem geht's, ja? Boah, sieht aus wie ein Bonsai. Äh, cool. Ähm. Pfingstrose. Hallo. Ach, das ist ein... Oh, das ist ein 2er-Block, ne? Könnte sein. Warte, warte. Ja, natürlich. Okay. Dann setzen wir die hier mal so ein bisschen drumrum. So, da noch eine hin und... Ähm. Ja, komm. Hier. Ich hab noch eine. Alter. Da. Fertig. Gut. Ja, dann hol ich mir halt so... Ach, komm. Äh, eine brauche ich ja nur, ne? Glaube ich. So. Schön. Ne. Nicht schön. Nicht schön. Also die Blume ist da echt nicht, äh, für geeignet. Boah. Lass mich doch durch. Nein. Zack. Diese Blume ist dafür nicht geeignet. Was ist denn das überhaupt? Löwenzahn, oder? Ja, Löwenzahn. Ah, Löwenzahn. Peter Lustig. Ja, war auch geil, ne? Mit Peter Lustig. Ich weiß gar nicht, wie der Neue da heißt. Ich mein, die Sendung gibt's ja, glaub ich, immer noch. Also ich hab da vor kurzem mal was gesehen. Was heißt, vor kurzem ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Monate. Jahre. Ionen. Mohn. Rosenstrauch. Komm, brauchen wir Mohn, ne? Führt keinen Weg drum rum. So. Schön, schön, schön. Ja. Ähm. Klar, ja. Also die, die Bekanntschaften, die man damit schließt. Jetzt nicht nur mit Zuschauern, sondern auch eben mit anderen Let's Playern. Hier. Paradebeispiel. Begerman, Trivolo. Und, ähm, Amiga Link. Ja, ich hab schon gedacht. So. Ja, das sieht schon besser aus. Und dann, äh, lerne ich natürlich noch andere Leute kennen. So wie der, ähm, Tagun, natürlich. Hier den Dosh. Den Erzengel. Und eben auch, ähm, Sorat Heimers, ne? Der ja auch wegen mir dann auch die, äh, selbst angefangen hat, Let's Pace zu machen. Finde ich auch gut. Wenn man andere Leute inspirieren kann. So, ich hol, ne, ich hol mir jetzt noch nix. Ich muss erst mal, äh, schlafen gehen. Ich wollte, wollte schon sagen, schiffen gehen. Weil mir drückt ein bisschen die Blase. Ist der verdammte Kaffee. Der verdammte Kaffee ist das. So. Äh, vier, vier Stonebricks, vier Stonebricks, vier Stonebricks. Bevor ich's wieder vergesse. Vier Stonebricks. Vier Stonebricks. Ja. Ja, nee, das ist also, ne, also ich hab mich riesig gefreut. Ähm. Okay, das war ein Handzeuggepack. Ähm, vier Stonebricks. Vier. Danke. So, und, äh, hab ich noch Zäune? Nee, hab ich nicht. Warte mal, wo hab ich noch Zäune gehabt? Da? Nö. Aber da. Einen. Super. Äh, ich hätt gern auf jeden Fall Eichenholzzaun. Hoppala. Oh Mann, eh. Nee, da ist auch nix. Haben wir noch ne Holzdruckplatte? Eh, die nehm ich auch mal mit. So. Knopf. Der kann auch wieder da rein. Der kommt auch mal rein. Äh, die kommen auch mal da rein. So, zack. Nee, warte mal. Das kommt raus. Der Rest kann drin bleiben. Das da rein, das da rein. Holzfalltür. Eichenzaun. Eichenholzzaun brauch ich gleich. Oh, Akazienbäume. Setzlinge, Setzlinge, Setzlinge. Äh, achso, die sind voll. Okay. Ja, da fehlen noch die Dschungelsäpplinge. Ja, ich hab immer noch keinen Dschungel gefunden. Ist auch ärgerlich. Richtig ärgerlich. So, nee. Da. So, äh. Ich glaub, so wird das was. Ja. Nee, also die Bekanntheiten, die, die, die Bekanntschaften, die ich da geschlossen hab, also, doch, hat mich auf jeden Fall viel weitergebracht. Und vor allen Dingen, ähm, ach komm, machen wir mal ein paar. So, warum eigentlich? Keine Ahnung. Ähm, durch den Bakerman bin ich natürlich auch bekannter geworden. Und durch den Tribolo, der mich ja in letzter Zeit richtig, richtig pusht. Ähm, danke mal an dieser Stelle. Ähm. Ähm, auch die, die Leute, die sind richtig nett. Klar, man hat auch mal ab und zu eine Meinungsverschiedenheit. Und, äh, es trennen sich mal die Wege. Und dann kreuzen sie sich mal wieder. Ist ja auch kein Ding. So. Jetzt hier erstmal die vier. Ach Gott, krieg ich das so hin? Weiß ich nicht. So, eins. Ja, doch. So, wunderbar. Ah, Bilderrahmen wollte ich da mitnehmen. Verdammt. Naja. So, wo? Wo? Hier? Nee, hier nicht. Hier drin irgendwo? Nee, auch nicht. Da fehlen aber auf jeden Fall noch ein paar Bilder. Das auf jeden Fall. So, machen wir hier noch was? Äh, hier. So. Sieht es nach was aus? Ich weiß es noch nicht. Hm. Ach, ich lasse ihn jetzt erstmal so stehen. Hör dich. Werden wir mal sehen, wie wir das dann weitermachen. Ja. Da unten könnten wir eigentlich auch noch was machen, oder? Hier. Nee. Nee, lass mal. Das lass mal so. Gut. Ja, dann. Ach, komm. Ich hab echt Lust, jetzt hier noch einen Weg anzulegen. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie. So, ach komm, das tue ich jetzt auch hier mal zum Holz zu. Und die tue ich da jetzt mal rein. Gut, dann mach ich jetzt erstmal die Taschen leer und fülle die mal mit Gravel und sowas. Äh, die da. Dann, äh, die da. Hallo? Nee, da. Zack, zack. Äh. Ach so, die Druckplatte. Na. Äh, was hab ich denn da noch alles in den Taschen? Hm. Dumm-dum-dum-dum-dum-dum. Nee, das hat mich auf jeden Fall viel weitergebracht. Und, ähm, ja. Mal ein kleines Dankeschön an dieser Stelle. So. Das da hin. Und die zwei Frames kommen auch noch da rein. Und der schwarze Teppich kommt da nicht rein. Der kommt auch nicht da rein. Verdammt. Okay, machen wir doch den Teppich da rein. So, Eisentür. Zwangsläufig auch mal da rein. Habe ich hier noch? Da habe ich noch. Ja. Oh. Handy blitzt. Och ja, cool. Meine Freundin hat mir gerade, äh, eine SMS geschrieben, dass sie in einer Stunde gehen darf. Ja, ist doch toll. Wenn sie früher Feierabend machen kann. Freude mit, Freude mit. So. Ähm. Ja, gut. Nee. Dann mache ich hier. Ja, hier beende ich dann die Aufnahme. Den Weg, den mache ich. Keine Ahnung. Und ja, also nicht vergessen, wer sich die Welt noch nicht gedownloadet hat, der kann das gerne tun. Den, den Download werde ich jetzt auch noch ein paar Tage stehen lassen. Ähm. Ja, was heißt ein paar Tage? Ich versuche den halt so lang stehen zu lassen, wie es geht. Ähm. Ähm, ja, in diesem Sinne. Ähm. Ähm. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen, vielen Dank an euch alle natürlich, äh, für die Unterstützung bei 300 Folgen und plus. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie viel Folgen wir sind. Ich glaube, wir müssten jetzt bei 304 sein. 303, 304 rum. Und, ähm, ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Und, ähm, ich hoffe, ich werde euch weiterhin so gut unterhalten können und auch bespaßen und, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen belehren können. Im positiven Sinne natürlich. Und, ja, würde ich sagen, äh, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.